Die hierzu erwerbende neue 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin. Das Objekt wurde 2014 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 300.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020